Ein Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge, ja zu einem kleinen neuen Projekt hier auf meinem Kanal Wie ihr hier sehen könnt, bin ich in Clash of Clans und ja, ich suche das zwischendurch Und es wird jetzt öfters mal Clash of Clans kommen, zwar nicht zu aktiv, aber allgemein halt öfters Ich denke mal, dass sich jeder darüber freuen wird Und ja, als kleine Info nochmal nebenbei, warum keine Videos kamen Und zwar Black Ops 2, da schmiert momentan meine Grafikkarte ab, wenn ich aufnehme Dann an World of Tanks, an der Beta, da habe ich nicht irgendwie Spaß dran Das macht mir einfach keinen Spaß mehr, was demnächst vielleicht kommen wird, ist World of Warships Denn das Spiel ist jetzt in der Open Beta und ich spiele es auch Ja und das macht einfach auch Spaß, ich spiele es momentan zwischendurch öfters mal Ja hier seht ihr jetzt meine kleine Farm Trophy Base Natürlich fehlt hier noch ein bisschen was Und da fehlen noch zwei Tesla Da Also einer da Einer da Aber momentan farme ich Ressourcen, um mir das halt zu holen Eins, ne, eins Zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier, fünf Ja ich habe fünf Goldminen, die fassen Info 150.000 100.000 250.000 sind 300.000, wären wir bei 900.000 Ja ich denke mal, dass wir Dass ich demnächst auf jeden Fall eins schaffen werde Was meine Truppen angeht Bin ich momentan am Sparen Auf ganz viele Magier Aber wir können ja trotzdem mal Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn schon So und dann produzieren wir einfach nochmal ganz viele von denen Dann auch noch ein paar Davon So Warten wir kurz bis das um ist Ich kann euch ja mal ein paar Verteidigung von mir zeigen Ja, wo fangen wir mal an Wo fangen wir mal an Da wo ich Genau, ab hier kann ich die Verteidigung gucken Und dann gucken wir uns das mal an Ja das ist noch meine alte Base Okay, da geht er da mit Riesen rein Allaufstufe 3 Ja Ja war jetzt War da natürlich dann nicht gerade die beste Base auch Kabumm Irgendwie habe ich es erwartet, dass wir von da kommen Hier, genau Schön reingelaufen Alle weg Ja die Base war Die Base hat mir gute Dienste erwiesen Aber ich brauchte einfach mal eine neue Und die Base, die ich jetzt habe Das ist eine kleine Trophy Base Farm Base Da bin ich momentan noch Am gucken Weil ich einfach eine neue brauche Okay Der Angriff ist vorbei Dann gucken wir uns mal die nächste an Ne, nicht das Warte mal Oh, perfekt Blitztauber gerade fertig Den haben wir uns Angeguckt Dann kommt jetzt der Wie ihr sehen könnt Mauern habe ich auch nicht gerade Irgendwie alle gleich Fünf Fünfzehn Riesen Oh Das nenne ich hart Fünfzehn Riesen Auf einmal Das tut weh Der ist auch gleich weg Okay Da kam er dann mit einem Dings Mit einem Blitz Zauber Und jetzt dann halt die Frage Na gut Den Kampf habe ich verloren Leider hat er 50% geschafft Na gut Kann man jetzt nichts ändern Dann gucken wir uns die letzte Verteidigung nochmal an Auch wieder Elf Riesen Ja die greifen alle von der Seite an Muss ich auf jeden Fall Ich muss auf jeden Fall die Mauern halt weiter verbessern Okay der hat auch einen Wut Zauber Ja die fliegen natürlich alle sehr schnell in die Luft Da kam dann wieder ein Blitz Zauber Na da kriegt er doch mein Rad aus Genau 50% Zwei Sterne Schade schade Aber man kann da nichts ändern Zack 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 Einmal einsammeln Ja meine dunkle Kaserne Baut sich gerade noch auf Ich kann ja mal Truppen anfordern Mal gucken was wir bekommen Wir können ja einfach mal Entblöst Ja da habe ich Bisschen was übergelassen Scheiße ich setze Hat keiner gehört So wollen wir mal den König hinterher setzen Und einen kleinen Wut sauber rein Ja ich weiß Ich verschwende hier voll meine Truppen Aber was so ist Das ist so Na dann haben wir da doch die 100% Sehr schön Bisschen Gold Bisschen Elixier Das ist doch immer schön Zack 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 Da kann ich ja mal Hier gucken 150 Sterne Stufe 8 Bestienfreie Karsin Der Drache Gold Elixier 1250 Bis Kleinburg auf Stufe 4 verbessern 100 Rathäuser in Mehrspielerkämpfen 250 Bauhütten Mehrspielerkämpfe Verteidige dich Ja es sind noch ein paar Belohnungen die ich bekommen kann Also würde ich sagen Wird jetzt zwischendurch auch immer wieder ein Video kommen Ja wie gesagt ich gucke mal wie das sein wird mit Black Ops 2 Und ich hoffe dass ich das in den Griff bekomme Und dass das Projekt weiter geht Natürlich möchte ich die Kampagne noch beenden Denn das wäre einfach nur behindert Wenn ich das Projekt abbreche Ja zu Minecraft Ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt Es gab ja das Modpack Intelligent Dazu habe ich auch eine Playlist Aber dazu kommen keine Videos Einfach aus dem Grund Da mein Computer das nicht aushält Das sind 150 Modpacks So um den Dreh Und ich habe einfach Ein PC der das nicht wirklich aushält Ja und das Da werdet ihr das dann auch noch sehen Der schläft Der schläft So und ich würde sagen Dann machen wir gleich mal einen Angriff mit Only Only Ding Only von den Gedönse Na gut Ja davon mache ich erstmal nichts Wir können uns das ja allem angucken Oh das wird mit Only Mit Only wird das Ganz schön schwer Ich glaube ich nehme dann doch mal Zwei davon mit Und dann packe ich doch noch mal Ja zwei Stück ein Aber ansonsten Wie gesagt Nur Welche von denen Die ersten beiden Kasernen sind geboostet Also Dann versuchen wir gleich Das anzugreifen Oder Verflixte Türme Da muss ich mal gucken Da muss ich googeln Aber ich denke mal Dass das was wird Ich versuche einfach noch ein bisschen Elixier abzuschnacken Beziehungsweise das Gold Und dann gucken wir mal Was da raus wird So hier nochmal eingesammelt Hierzu bringt mich noch um Ist einfach so warm Vor allem in meinem Zimmer Ist es warm Dadurch Ich wohne unterm Dach Und Dann ist der noch Ein Computer Der so viel Wärme abgibt Ich habe zwar einen Vanillator Aber den habe ich vergessen einzuschalten Regnen tut es auch Das heißt das Fenster kann ich auch nicht ganz aufmachen Na Hier Dann mache ich gerade auf Stufe 10 Damit der dann eine Mülle laden kann Keine eine Mülle Und Der hat dann eine Million Ne gar nicht Wie viel hat denn der gerade 500.000 Ich glaube dann hat der 850 Wo ist ein Jetzt finde ich meine Goldlager nicht Ne der hat eine Million Das heißt dass Der dann auf Stufe 10 auch eine Million rein wird Der hat 250.000 Genau Stufe 8 Der ist auf Stufe 9 Und hat 500.000 Genau Dann passt das auch Und dann gucken wir mal Ja ich würde natürlich auch andere Personen angreifen Aber ich möchte einfach nicht mein Schild Aufbrauchen Falls ihr wundert Worum ich den Schild habe Ich möchte den einfach haben Damit ich Ressourcen sammeln kann Damit ich hier restlichen Sachen auch bauen kann Die wir brauchen Also die ich brauche Wie den Tesla Da brauche ich zwei Stück für Und dann googeln wir mal Ja da bin ich auch wieder So Die Zauber werden gerade noch gebaut Da gibt es ja Ab Rathausstufe 9 Gibt es ja diese schönen Äh Wo sind sie denn Ja schon auf Nein Schon auf Rathausstufe 8 Gibt es das ja schon Ähm Die Zaufabrik für dunkle Zauber Da auf die Freue ich mich auch schon Einfach aus dem Grund Weil die mir denke ich mal viel helfen wird So Wie viel haben wir denn hier schon 106 106 Was Boll Lädte dir hier aus noch 10 davon Okay Und Zwei von denen Ich weiß Gott gar nicht Und so Und so Zuck 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 Bilden wir nochmal zwei mehr aus Ich weiß natürlich Ich weiß ja nicht wie Ob ich die gebrauchen kann Der nächste Angriff wird dann vielleicht sein Ohne die Kobolde Dass ich dann Das alles mit Kobolden mache So Was für eine Ausbildungszeit hatten die Zwei Minuten Acht Minuten noch Komm das Gemme ich jetzt Ist hier noch irgendwas drin Ja ich möchte die Folge auch Beenden Nein Ich möchte die Folge einfach nur beenden Da geben wir die Geben wir die hier rein Einfach weil das schneller geht Geben wir gleich sobald das nur noch Einer ist Geben wir die aus So Und dann wollen wir hier Ähm Verflixte Türme angreifen Und dann hält haben wir ab Das finde ich ganz gut Na dann gucken wir mal Ob das was wird Mit dem Angriff Gerade meine Mutter rein Ich muss ein bisschen leiser sein Da meine Geschwister schon schlafen Und dann sieht es so aus Als ob das tatsächlich was wird Wäre auf jeden Fall schön Komm lass mein Held überleben Nein lass doch nicht Mein Helden tanken Ja das hat ein bisschen Punkte gegeben Ja Ähm Binden wir mal kurz Einer aus Und gucken dann Was als nächstes dran kommt Zack Der ist ausgebildet Speer Okay Goldene Elixir sind hier Ich würde mal sagen Da kommen dann Haben die da irgendwas Ja Bomben Okay Das heißt Morgen wird die nächste Folge dann kommen Und Truppen anfordern Ne keine Riesen Ähm Ähm Kobolde Der dunkle Truppen So Nun fordern wir mal an Mhm Mhm Die selber bilden dann natürlich auch aus Also ich denke mal dass Riesen noch mit dazu kommen werden Einfach aus dem Grund Ähm Damit die ein bisschen tanken Aber ich muss mal gucken Eins Zwo Genau Da gibt es drei von denen Dann geht das auf Gibt es noch ein Wutzauber mit Nimmt es noch ein Wutzauber mit Nimmt es noch ein Wutzauber mit Nimmt es noch ein Wutzauber mit 9 11 10 11 11 Naja Zumindestens das war es dann mit der Folge Morgen wird dann der nächste Part kommen Und ich würde sagen Wir sehen uns dann Wir sehen uns dann Wir sehen uns dann